Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich weiß, es ist ewig her, dass ich das letzte Video hochgeladen habe. Es tut mir sehr leid dafür. Ich werde euch gleich erklären, warum. Und in diesem Video werde ich euch einfach meine letzten Lesemonate präsentieren. Es sind jetzt ja schon einige. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, warum war ich so lange nicht da? Bei mir ist privat einiges passiert. Und ich bin unter anderem umgezogen und wohne jetzt in einer Wohnung wieder in Hamburg. Und ja, es war halt viel los in den letzten Monaten. Und ich musste mich auch erst mal wieder hier so ein bisschen einrichten und ein bisschen ankommen, bevor ich jetzt wieder anfange mit Videos drehen. Ja, das ist also der Grund. Deswegen war ich eben lange nicht da. Und jetzt kann es wieder losgehen. Ich bin soweit eingerichtet. Ja, ich habe den Platz dafür. Es klappt alles. Von daher dachte ich mir so, jetzt, heute ist Samstag. Den Tag nehme ich mir mal, um mal ein paar Videos zu drehen und einfach wieder reinzukommen. Und ja, daher möchte ich euch jetzt einmal meine Lesemonate vorstellen. Das wären dann die Lesemonate quasi ab Mai. Also Mai, Juni, Juli, August, September und Oktober. Und ja, ich würde sagen, ich lege direkt mal los. Ich habe es mir jetzt aufgeschrieben, weil ich natürlich das im Kopf alles gar nicht mehr weiß, was ich so gelesen habe. Es war tatsächlich nicht so viel. Durch den ganzen Umzugsstress und so weiter, ja, habe ich auch einfach gar nicht so viel gelesen. Aber ein paar Bücher sind zusammengekommen und die würde ich euch jetzt gerne einmal vorstellen. Im Mai habe ich ein Buch beendet und zwar damit auch eine gesamte Reihe. Und zwar dieses Buch hier, Cherish von Tracy Wolff. Und das ist der sechste... Ja, ich musste gerade nochmal nachluschen, ob es wirklich der sechste Band ist. Ja, genau. Das ist der sechste und letzte Band der Reihe. Und ich war sehr traurig, dass die Reihe dann beendet war, weil ich sie doch wirklich sehr, sehr gut fand. Wie ihr das wisst, das hatte ich ja nun schon mehrmals erwähnt. Und ich fand aber, zumindest laut meinen Notizen, habe ich dem letzten Band hier nur vier Sterne gegeben. Nur, nur, also vier Sterne ist ja auch super. Aber ich weiß, dass ich die anderen teilweise besser bewertet habe. Ich weiß nicht, ob ich euch jetzt noch eine kurze Zusammenfassung geben soll, weil aus dem sechsten Band kann ich natürlich jetzt nichts erzählen. Ich will ja nicht spoilern. Ich gebe euch einfach noch eine kurze Zusammenfassung für die, die das hier von mir nicht schon 30.000 Mal gehört haben. Es geht um Grace, die auf die Catmere Academy kommt, nach Alaska. Ihre Eltern sind gestorben und sie muss quasi, ja, zu ihrem Onkel, der sich dann um sie kümmert. Und der ist Schulleiter auf dieser Schule. Und sie kommt aus einem ganz warmen Bundesstaat und, ja, also aus den USA und ist dann ganz... Also ist nicht wirklich angetan, davon nach Alaska zu ziehen. Ja, aber als sie dann dort ankommt, versteht sie sich auch gleich sehr gut mit ihrer Cousine. Und, ja, kommt da so langsam an und merkt dann schon nach kürzester Zeit, dass irgendwas nicht stimmt mit der Schule oder die Leute, die Schüler dort irgendwie nicht so sind, wie sie sich das vorgestellt hat. Mehr sage ich dazu gar nicht. Das müsst ihr dann auch selbst herausfinden, was da los ist. Aber die Reihe hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und es ist wirklich sehr spannend. Also ich kann es nur empfehlen. Ich fand die Reihe wirklich toll. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, habe ich als E-Book gelesen und dementsprechend jetzt nicht hier in der Hand. Ich blende euch das wieder ein. Und zwar ist es Hunting Prince Dracula von Carrie Menescalco. Und da fand ich den ersten Band ja schon ganz cool. Das hatte ich euch, glaube ich, hier auch oder bin mir sicher, dass ich euch das schon vorgestellt hatte. Und ich mag die Autorin auch sehr gerne. Den Schreibstil finde ich irgendwie cool. Das ist halt was Besonderes. Das ist eben mal was anderes. Und aus dem zweiten Teil will ich euch jetzt nicht so viel verraten. Also klar, es geht irgendwie um Dracula. Das kann man sich aus dem Titel schon denken. Es ist aber trotzdem, irgendwie sind die Geschichten so ein bisschen in sich alleinstehend, aber trotzdem gehören die Reihen auch zusammen. Also die Bücher. Deswegen will ich da jetzt eben nicht so viel verraten. Es geht halt in dieser gesamten Reihe eben um Audrey Rose. Sie ist die, also ihr Onkel ist Gerichtsmediziner und sie findet das halt total cool und interessant und möchte das auch gerne machen. Aber die Bücher spielen halt Ende des, also 1800, ich weiß gar nicht, 1880, nee 1888, weil im ersten Buch geht es ja um Jack the Ripper. Genau, also so in dieser Zeitspanne. Und da war das ja eben noch so, als Frau durftest du sowas natürlich nicht machen und das geht ja gar nicht. Du musst ja eine Dame sein und überhaupt, ne? So genau in die Richtung. Und Audrey Rose findet das aber alles blöd. Sie will das halt nicht und möchte auch Gerichtsmedizinerin werden. Naja, auf jeden Fall geht es da um Fälle, die sie quasi löst. Im ersten Buch geht es halt um Jack the Ripper. Kennt man ja auch. Und im zweiten Teil dann eben Dracula. Also ich fand die Reihen, also die Bücher bisher sehr gut. Die Geschichte war sehr spannend. Und da gibt es wohl auch noch einige Teile mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie viele. Die werden aber oder wurden dann noch nicht ins Deutsche übersetzt. Das kommt jetzt so nach und nach. Und ja, kann ich euch auch noch ans Herz legen, weil es ist schon wirklich spannend und einfach mal was anderes. Als nächstes habe ich noch zwei Hörbücher gehört in dem Monat. Und zwar einmal Stay away from Gretchen von Susanne Abel. Und ja, das geht halt da um Greta. Also erst spielt es quasi in der aktuellen Zeit. Es geht um Greta. Die ist halt schon 84, leidet an Demenz. Und ihr Sohn kümmert sich so ein bisschen um sie. Und ja, sie erzählt dann erstmalig von ihrer Kindheit und was da alles passiert ist. Sie ist irgendwie in Ostpreußen aufgewachsen, musste damals vor russischen Soldaten fliehen und so weiter. Und ich finde immer, solche Bücher kann man nicht immer lesen oder hören in dem Fall. Weil ich finde das schon immer sehr belastend teilweise, das immer so zu hören. Ich meine, man kennt die Geschichte, aber das sind ja auch immer Geschichten, die sind halt wirklich passiert. Also ich weiß gar nicht, ob es in dem Fall auf einer warmen Begebenheit beruht. Egal, auf jeden Fall ist es ja trotzdem so passiert. Also so in die Richtung ist es vielen Menschen da passiert. Und es nimmt einen dann immer schon sehr mit. Fand aber trotzdem die Geschichte wirklich, also es war sehr spannend geschrieben. Und ja, ich fand es einfach sehr gut. Ich mag es auch immer gern nochmal so in Zeiten zu switchen in Büchern. Ihr wisst ja, durch die Lucinda Riley Bücher, da war das ja auch immer so, ne? Und dann immer in der alten Zeit und in der aktuellen Zeit. Das waren zwar andere Arten von Geschichten, es war halt irgendwie schön, es waren Liebesromane. In dem Fall ist es natürlich ein bisschen was anderes. Aber ich fand es trotzdem wirklich sehr gut. Also es hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Und man konnte es auch wunderbar als Hörbuch hören, genau. Dann habe ich noch Birthday Girl von Penelope Douglas gehört. Und das fand ich tatsächlich sehr gut. Es geht ja quasi um Jordan und Pike. Und die beiden lernen sich, ich glaube, in der Bar kennen oder so in die Richtung. Mehr durch Zufall. Und die haben beide einen riesigen Alters, also riesig, aber einen großen Altersunterschied. Riesig würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, er ist irgendwas mit Mitte, Ende 30 und sie ist halt Anfang 20, ne? Genau, und also irgendwie eine Geschichte oder eine Liebe, die sie eigentlich so, der sie so nicht nachgehen wollen. Also sie spüren schon eine Anziehungskraft, wollen dem aber eigentlich nicht folgen, weil sie es für falsch halten. Und ja, irgendwann passieren doch Dinge, wie das dann immer so ist. Und ja, mehr sage ich da, glaube ich, gar nicht zu, weil da stehen halt noch ein paar andere Dinge zwischen ihnen, nicht nur der Altersunterschied. Und das macht das alles gerade nicht so einfach. Und ja, genau. Ist eine sehr gute Geschichte. Ich fand es sehr spannend und konnte man auch wieder super als Hörbuch hören. Also kann ich nur empfehlen. Das war es dann mit meinem Lesemonat Mai. Und jetzt kommen wir direkt zum Juli. Da habe ich auch wieder vier Bücher gelesen und gehört. Wir fangen jetzt mit dem ersten Buch an. Und zwar geht es um das Kind von Sebastian Fitzek. Ich muss sagen, das Buch hat mich tatsächlich nicht so mitgenommen. Also es ist ja auch ein älteres Buch schon von ihm. Und ich war jetzt oder bin gerade immer noch dabei, quasi alle Bücher von ihm nachzuholen. Weil die, die neueren, ich glaube ab Passagier 23 oder so, hatte ich mir alle geholt und gelesen. Aber die älteren eben noch nicht. Und die hole ich jetzt, wie gesagt, nach und nach nach. Dreimal nach, auch gut. Ja, auf jeden Fall fand ich das Buch irgendwie nicht so gut. Das hat mich nicht so gereizt. Das Ding ist jetzt auch, das habe ich übrigens bei einigen Büchern, entschuldigt das bitte. Aber dadurch, dass es jetzt auch schon wieder so lange her ist, vergesse ich auch ein paar Dinge. Ja, ne, also ich bin da auch immer so, ich, dadurch, wenn man, also ja, wenn man viel liest, dann vergisst man auch gerne mal wieder was. Das ist schwierig manchmal. Dementsprechend kann ich euch jetzt gar nicht mehr so genau sagen, was da alles so passiert ist. Aus diesem Grund würde ich hier in dem Fall einfach den Klappentext nochmal vorlesen. Und dann könnt ihr euch einfach selbst ein Bild machen. Aber ich weiß halt nur, dass ich es irgendwie nicht so gut fand. Ich fand es nicht so überzeugend und nicht so spannend. Also von daher würde ich es jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen. Also. Simon Sachs, ein todkranker 10-jähriger Junge, ist fest davon überzeugt, in einem früheren Leben ein Mörder gewesen zu sein. Und er kann es beweisen, indem er seinen Anwalt zu Fundstellen von Leichen führt. Menschen, die grausam ermordet wurden, exakt wie das Kind es zuvor beschrieben hat. Doch die Morde geschahen lange vor seiner Geburt. Joa. Bisschen strange. Genau, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, fand ich das jetzt nicht so mega gut. Ja. Als nächstes habe ich wieder ein E-Book gelesen. Das blende ich euch hier also ein. Die Institution von Helen Fields. Und das fand ich so gut. Das war wirklich ein richtig, richtig spannendes Buch. Und zwar geht es dort um ein Hochsicherheitsgefängnis. Und dort gibt es auch eine geschlossene Station. Also so für psychisch kranke Menschen auch. Oder eben richtig krasse Serienmörder. Oder, also einfach Mörder, die vielleicht auch einen psychischen Knacks haben. Vielleicht sage ich es einfach mal so. Und da wird eine Krankenschwester ermordet. Und deswegen soll die forensische Profilerin, ich habe den Namen jetzt vergessen, die soll auf jeden Fall dorthin, weil sie sich gut in die Psyche von Menschen hineinversetzen kann, um herauszufinden, was da passiert ist. Das heißt, sie ist da undercover drin als, ich glaube, sie gibt sich als Psychologin aus und ist da halt undercover dann in dem Gefängnis, um die Patienten sowie auch die Mitarbeiter zu befragen so ein bisschen. Und versucht das so ein bisschen hinter, also so unauffällig, sagen wir mal so. Und sie muss das eben rausfinden. Und das finde ich schon ein so geiles Setting. Also das fand ich schon, das hat mich ja direkt gecatcht und das war wirklich spannend. Also ich fand die Geschichte richtig, richtig gut. Ich habe das so schnell durchgelesen. Mega geiles Buch. Kann ich nur empfehlen. Fand ich einfach cool. Jetzt kommen noch zwei Hörbücher, die ich gehört habe. Und zwar den zweiten Teil von Gretchen, von dieser Gretchen-Reihe. Was ich nie gesagt habe, Gretchen-Schicksalsliebe heißt das. Und ja, da brauche ich jetzt ja nicht viel zu sagen. Es ist jetzt der zweite Teil, ich will nicht spoilern. Ich habe euch gerade erzählt, was im ersten Teil passiert ist oder um was es da geht. Von daher sage ich da jetzt nicht viel zu. Fand ich auf jeden Fall auch wieder sehr gut. Dann habe ich noch das Haus der Wiederkehr von Jojo oder Jojo Moyes gehört. Und fand ich auch wieder eine sehr süße Geschichte. Es geht da um zwei Freundinnen, die eigentlich wie Schwestern aufgewachsen sind. Und die sind aber auch sehr unterschiedlich. Und dann bringt eines Tages die eine Freundin ihren Verlobten mit nach Hause. Und die andere checkt dann ganz schnell, dass das ihre große Liebe ist eigentlich. Also zumindest findet sie ihn ganz toll und er sie auch. Ja, schwierig, schwierige Situation. Genau, und dann gibt es auch noch viele andere Dinge. Ich will jetzt aber nicht zu viel vorwegnehmen. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und sehr schön geschrieben. Wie immer, ihre Bücher finde ich allgemein immer sehr schön. Und von daher kann ich das auch empfehlen. Fand ich ein sehr gutes Buch. Im Juli habe ich nur ein einziges Buch gelesen. Ja. Und zwar Unwritten von Caro Kauer. Das ist ihre Biografie. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Caro Kauer ist eine Influencerin, Unternehmerin. Ähm, genau. Und ich kenne sie halt von Instagram. Sie hat eine eigene Modemarke. Und, ähm, ja, eben ihr eigenes Business aufgebaut. Ich finde sie super inspirierend. Sie ist eine ganz tolle Frau. Hat auch zwei Kinder. Und schafft irgendwie den Alltag zwischen Kindern, ihrem eigenen Geschäft und einem drum und dran. Ähm, ja. Finde ich immer sehr inspirierend. Und deswegen gucke ich ihr gerne zu. Und als ich da mitbekommen habe, dass sie jetzt ein Buch geschrieben hat, dachte ich mir, gut, das muss ich auf jeden Fall auch haben. Und hab's gelesen und fand's auch wirklich sehr schön. Also es ist auch ein tolles Buch. Und sie auch irgendwie ein bisschen besser kennenzulernen. Ihre Vergangenheit. Ähm, und auch eben zu verstehen, wieso sie so ist, wie sie jetzt ist. Und ja. Fand ich sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Wenn sie mag, äh, lest euch unbedingt das Buch durch. Im August habe ich auch wieder vier Bücher gelesen und gehört. Ähm, ich fange jetzt mal mit den beiden Büchern an. Und zwar einmal, wenn sie wüsste, von Frieda McFadden. Das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Also, ja. Das fand ich wirklich richtig gut. Äh, da geht es um Millie, die als Hausmädchen in so einem, im Haus anfängt, bei so einer reichen Familie. Und, ähm, was ihr aufgrund ihrer Vergangenheit auch, also was für sie auch nicht leicht ist, überhaupt einen Job zu kriegen. Da will ich aber nichts Genaues zu verraten. Auf jeden Fall gefällt ihr das da an sich ganz gut. Ähm, die, also sie findet die, ähm, Besitzer des Hauses, ähm, ja, etwas schwierig. Vor allem die Frau. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da noch irgendwas zu sagen sollte. Also es passieren auf jeden Fall Dinge, mit denen man nicht rechnet. Und es ist alles nicht so schön, wie es erst aussieht. Und es wird dann doch auch sehr gefährlich. Es ist halt ein Thriller. Ja, mehr sage ich da, glaube ich, nicht zu. Ähm, ist eine coole Geschichte, wirklich. Also ich fand es sehr, sehr gut. Es gibt da auch noch zwei weitere Teile von. Ähm, den einen habe ich jetzt gerade gelesen. Kommt dann in meinem nächsten Lesemonatsvideo. Und den dritten gibt es dann auch noch. Mal gucken, ob ich den auch noch lese. Aber auf jeden Fall, das kann ich sehr, sehr empfehlen. Der erste Teil, der war wirklich richtig, richtig gut und spannend. Und ich hatte das super schnell durch. Also von daher, ähm, ja, lese es. Dann habe ich das letzte Buch, was ich von ihr hier hatte. Äh, Lucinda Riley, das italienische Mädchen gelesen. Ich habe jetzt tatsächlich aber vor kurzem gesehen, dass noch ein Buch rausgekommen ist. Also wahrscheinlich auch ein Buch, was dann irgendwie in ihrer Schublade gefunden wurde und ihr Sohn dann irgendwie mit veröffentlicht hat, gehe ich mal von aus. Also das werde ich dann auf jeden Fall auch noch lesen. Ich war schon ganz traurig, weil ich dachte, das ist das allerletzte Buch von ihr. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Lucinda Riley ist gestorben. Und ich fand ihre Bücher immer sehr, sehr schön. Genau, in das italienische Mädchen geht es um ein Mädchen, was, ähm, eine wunderbare Stimme hat und von einem großen Opernsänger entdeckt wird. Und, ähm, da entwickelt sich später auch was draus, äh, aus dem Bein, als sie älter wird. Und, ähm, das lässt sie aber irgendwie alles andere um sich herum vergessen und ihre Kinder, ihre Familie, alles, äh, quasi, ähm, alles kümmert sie sich nicht mehr so. Also, ähm, sie, sie ist total vernaht in diesem Mann und blendet alles um sich herum aus, quasi, was ihr Selbstschaden nimmt und ihren engsten Menschen auch, sagen wir mal so. Ähm, ja, mehr will ich gar nicht so verraten. Spielt auch wieder in zwei Zeitebenen und, äh, es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Das hat mir auch wirklich wieder super gut gefallen. Ich kann mich da immer total dran verlieren und, ähm, fühle mich dann immer an den Welten so wohl. dementsprechend, ähm, ja, kann ich das natürlich auch sehr empfehlen. Dann kommen wir jetzt noch zu den beiden Hörbüchern. Und zwar habe ich Twisted Dreams von Anna Huang gehört. Das ist ja auch eine Reihe, die auch sehr gehypt war, wo ich dachte, komm, als Hörbuch kann man sowas immer ganz gut hören. Ich höre aktuell ja irgendwie, oder lese auch gar nicht mehr Young oder New Adult, ähm, weil es mich irgendwie nicht so reizt. Und ich, die, die, das ist für mich irgendwie immer so ein bisschen dasselbe. Und, naja, da dachte ich mir aber, komm, als Hörbuch jetzt irgendwie entspannt nebenbei. Ich brauchte halt irgendwas super leichtes, wo ich mich nicht großartig konzentrieren muss. Und dann habe ich mit der Reihe angefangen. Und muss sagen, ich fand sie gar nicht schlecht. Ähm, ich kann jetzt zum ersten Teil, also ich, da geht es halt auch, es geht quasi wieder in jedem Buch um, um ein anderes Pärchen, äh, aus dieser Freundesklicke. Ja, also so ist es halt irgendwie, genau, wie bei den meisten von diesen Reihen. Und, ähm, deswegen spreche ich jetzt einfach mal für die ganze Reihe. Ich fand sie wirklich ganz gut. Also mir haben die Charaktere sehr, sehr gut gefallen. Und auch die Geschichten, es war auch nicht so, also es ist kein Dark Romance. Aber es war trotzdem auch nicht so super softy. Sagen wir mal so. Irgendwie eine Mischung. Ähm, eine gute Mischung, würde ich mal sagen. Also mir hat es ganz gut gefallen. Ähm, ja doch. Also fand ich, ähm, doch nicht schlecht. Also kann ich empfehlen, wenn man auch so was Bock hat. War eine gute Reihe, doch. Dann habe ich das perfekte Leben von Susanna Byrd, äh, oder Byrd, äh, gehört. Und das ist ein Thriller, war okay, sagen wir mal so. Also ich fand es jetzt nicht bombastisch. Es geht um eine Familie, also eine Frau, die hat zwei Kinder, einen Mann und die gewinnt im Lotto. So. Auf einmal sind sie mehr Millionäre. Es sind 29 Millionen oder so, also eine relativ hohe Summe. Und, ähm, kurz danach geht es dann schon los, dass sie irgendwie Hassnachrichten bekommt und alles. Ähm, naja, sie hat dann noch ihre beste Freundin, die, der sie eigentlich auch vertraut. Ähm, und sie überlegt dann einfach mit ihren Ängsten, also mit ihrer Familie und eben ihrer besten Freundin, ähm, in Urlaub zu fliegen. Also da wirklich für den ganzen Sommer in so einem Haus zu verbringen, außerhalb von der Stadt, von allem, um irgendwie runterzukommen und auch, ja, ein bisschen weg aus diesem Rampenlicht. Und in dem Haus passieren dann Dinge. Also, ähm, da ist es dann doch nicht so idyllisch, wie sie denkt. Und, äh, sie ist doch nicht weg von allem. Und, ja, genau, irgendwie so in die Richtung. Mehr will ich jetzt auch nicht verraten. Es war jetzt kein schlechtes Buch. Es war schon irgendwie eine gute Geschichte, aber es hat mich nicht so gefesselt, muss ich sagen. Also es war jetzt nicht so überzeugend, nö. Aber es war okay. Genau. Dann kommen wir zum Lesemonat September. Da habe ich nur drei Bücher gelesen, beziehungsweise gehört. Ein Buch, was ich gelesen habe, ist von Andreas Winkelmann, Hast du Zeit? Ähm, da kommt ja auch immer einmal ein Jahr neues Buch. Und das ist wie bei mir mit Fitzek, äh, bei den beiden Autoren, da hole ich mir dann auch immer direkt das neue Buch. Ich muss allerdings sagen, das hat mich nicht überzeugt. Also ich fand es irgendwie nicht so spannend. Tatsächlich scheinen wir auch so wenig spannend, dass ich jetzt schon gar nicht mehr weiß, um was es da eigentlich genau ging. Und es war im September, ist jetzt nicht so lange her. Wir haben jetzt Ende November. Dementsprechend ein bisschen schade. Ähm, ich lese euch gerne den Klappentext vor, weil ich weiß das irgendwie nicht mehr so genau. Äh, darauf stehen Menschen. Menschen wie du. Achso, nee, oben. Ich habe den ersten Satz überlesen. Nochmal. Meine Liste wird immer länger. Darauf stehen Menschen. Menschen wie du. Ihr alle habt mir etwas genommen. Ihr wisst es nicht, aber ich werde euch finden. Euch jagen. Ohne Gnade. Du fragst dich warum? Genau, das ist das Problem. Ihr alle seid achtlos, rücksichtslos. Und dafür müsst ihr bezahlen. Mit dem kostbarsten, was ihr habt. Auch du könntest auf dieser Liste stehen, ohne es zu wissen. Und deine Zeit läuft ab. Genau. Also ich fand es, ja wie gesagt, okay. Aber jetzt irgendwie auch nicht so spannend und nicht so toll. Also ich kann mich halt nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich weiß nur, dass ich es nicht so gut fand. Und das ist immer schon ein schlechtes Zeichen. Schade drum, weil ich mag ihn als Autor wirklich gern. Und er hat viele, viele coole Bücher geschrieben. Aber das hat mich nicht so überzeugt. Und dann habe ich die nächsten beiden Twisted Bücher gelesen. Twisted Games und Twisted Hate. Also da brauche ich jetzt auch nicht viel zu sagen. Hatte ich ja eben gerade schon erzählt. Und die beiden habe ich dann gehört. Habe ich eben gesagt gelesen. Ich habe sie gehört. Jetzt kommen wir zum Lesemonat. Im Oktober. Da habe ich nur zwei Bücher gelesen. Beziehungsweise beide sind Hörbücher. Einmal habe ich dann den fünften Teil von der Twisted Reihe gehört. Twisted Lies. Sage ich jetzt auch nichts mehr zu. Und dann habe ich von Mark Overkling Views gehört. Das war mal was anderes. Sagen wir mal so. Ist ja auch gerade sehr gehypt. Fand ich auch nicht schlecht. Aber trotzdem finde ich persönlich ist es den Hype irgendwie nicht wert. Es war mal was anderes. Es geht um ein Mädchen, was verschwindet. Und kurze Zeit später taucht das irgendwie in einem sehr, sehr brutalen Video auf. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, was dort passiert ist. Und dann muss eben herausgefunden werden, was da passiert ist und so weiter. Das ist quasi eine Ermittlung. Das Ende hat allerdings einen krassen Twist. Also es ist schon, es hat halt total den, es trifft den Zeitgeist irgendwie sehr. Es ist gerade eine aktuelle, oder eine Sache, die eben aktuell viel passiert. Und es ist schockierend, was daraus resultieren kann. So sage ich es mal irgendwie, um es gut zu umschreiben. Ja, also es war wirklich, es ist eine gute Geschichte. Es ist wirklich, finde ich gut, darüber auch mal sowas, also so eine Geschichte zu schreiben. Allerdings hatte ich einfach nicht diesen Spannungsbogen. Also ich fand es jetzt nicht durchgehend so krass spannend. Und ich glaube, das war einfach nur das, oder mein persönliches Problem, warum ich jetzt sage, okay, es ist den Hype irgendwie nicht ganz so wert. Für mich persönlich natürlich nur, ne. Aber es ist trotzdem kein schlechtes Buch und es ist auch wirklich eine, eine gute Art von Geschichte. Genau. Ja, da ist mir gerade mittendrin die Kamera runtergefallen. Die wollte wohl nicht mehr. Also ich hoffe, also es kann sein, dass die Einstellung jetzt etwas anders ist. Gut. Aber es war es ja auch schon. Also das waren meine Lesemonate. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr könnt mir ja gerne einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr welche von den Büchern schon gelesen habt, wie ihr sie fandet. Mich interessieren da andere Meinungen auch immer sehr. Und ja, dann war es das auch schon mit diesem Video. Ich wünsche euch allen einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao.